Na ihr Kleine Affen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Badwars. Heute zu vier. Heute mal auf dem Kanal RobEasy2 zusammen mit dem gelben Gorilla und der gelben Biene. Ja, wir spielen heute die 4x4 Badwars-Map-Beast-Mode auf dem Cytoxian-Server und am besten gewinnen wir das ganze Ding mal ganz. Ich baue wieder das Bett zu. Komme ich mir langsam vor. Ich habe gerade zwei Runden Flash gespielt. Hier Biene. Oh, das wollte ich nicht. Lalalalalalalalalala. Ich baue mich hier gerade rüber. Er baue sich da gerade rüber. Wenn jemand noch einen schönen Stick mitnimmt, äh, einen schönen Stick, vor allem eine schöne, 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 schöne Sache mitnimmt. Ach, ich komme selber nochmal zurück. Ich habe schöne Sachen. Äh, die will ich aber nicht. Ich will meine eigenen schönen Sachen. Oh, oh, oh. Die sind viel schöner. Oh, ist das schön. Oh, das wollte ich auch ein bisschen. Oh, 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 oh. Und im Schäden. ich bin ja eben ein bisschen los rüber 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 nein ich will nicht rüber ja 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 und du auch und so er hat man hier nämlich zwei base ok einer nicht bei den vierer maps bleibt das dann nämlich diesen er zwei besen man nicht nur ein besen sondern zwei bilden übrigens können die über diesen weg jetzt auch zu uns kommen von daher macht euch gefasst ausgeschieden aus geht es raus versuche hier bei solchen maps mich hier immer unauffällig an den juli ist einfach gelb und blau und die bekämpfen sich in der base von rot johu ja dann mache ich schreibdruck dennis baut auch seinen weg ganz konzentriert er kann auch sagen also bei dieser map ja ja warum nicht gibt es ja bloß bei den 8er maps nicht dennis bist du gerade gestorben ja okay ich dachte du kannst dich unsichtbar machen kannst du wohl doch ich kann das kann ich auch aber da könnte ich einfach mal verspielen komm mal klau wollte mal ohne hexen machen ja jemanden habe ich mal ohne hexen juck dich das dass sie hier lang kommen juck dich nicht gut und ich hole das andere bett oder sagen easy peasy schnie sie mieden stammt und den hole ich auch noch heute zu klein an die wettbewerbs platziert mich auch gerade so ein bisschen ja stefan ja mal trittiert wieder seine maus ja ich habe alle umgebracht ich habe sie noch was zu essen für mich lecker schönen dank wie nicht verwandelt sich momentan in eine spinne auch nicht schlecht da drüben die blauen die hocken da die haben sich da verkämpft und ein und job den anderen hole ich auch noch kommt fall noch ein jetzt ein gelber und blau noch wie ein blauer auch noch ich bin hier von einer insel zur nächsten gerannt ich war nur einmal kurz zu hause so schauen wir mal wo sich etwas steckt der wird bestimmt in der mitte in der mitte dann ist das nicht ich weiß auch absich weil ich würde mich die aufhörer bringen schießt noch ein feier ich habe nicht dass das überlebt 6 minuten 9 das ist schnell 7 minuten ist bei den anderen maps immer ganz gut bei den kurz und knackig kurz und knackig kurz und knackig dann kann die mitspieler für mitspielen und dank an die zuschauer für zuschauen ja dieses video möchte dann kommen wenn du im urlaub bist wir wissen es noch nicht irgendwann kommt uns bis zum nächsten mal tschüss ihr kleinen Affen bye bye